Also wir sind Oktat Nock aus Freising und wir danken dem Klaus Wecker für das Konzert hier im Theatron. Danke Klaus. Von Streetwork. Und ihr schaut gerade AFK TV, Montag, Mittwoch und Freitag 21 bis 23 Uhr. Dankeschön. Fertig. Feier 3. Okay. Wir sind Oktat Nock aus Freising und ich bin die Tabea von der Blackwalk. Und ihr schaut gerade AFK TV, Montag, Mittwoch und Freitag von 21 bis 23 Uhr. Okay, danke. Danke, Jungs.